Schau mir in die Augen, Kleiner. Man muss nicht groß sein, um groß zu sein. Der neue Lupo. Du, Vater, Medikano. Masi, Nati, Italien. Sieh, du, bist 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 du. Docker's Non-Iron Khakis by Levi Strauss & Co. Life's too short. Joaquin Cortez. Die Deutschland-Tournee. Flamenco total. In den folgenden Städten. Reservieren Sie Ihr Ticket unter folgender Nummer. 090 24 11 20. Ronville, La Fiesta. Das hier sind meine Süßen, die sind bei mir zu Besuch. Leider kann man nicht immer mit seinen Lieben zusammen sein. Aber telefonieren, das geht immer. Und bei der Telekom jetzt sogar noch billiger. Stimmt's? Ja. Ja. Mit Select 5 Plus telefonieren sie zu fünf Rufnummern ihrer Wahl günstiger. Davon können zwei im Ausland sein, sowie eine TD1-Mobilfunknummer. Wisst ihr eigentlich, warum die Elefanten so große Ohren haben? Damit sie besser telefonieren können. Ja. Telekom. Die machen das. Maybe it's you. But tell your friends. Run time together. And don't leave forever. Au! Feel the time. You turn it on. Hallo? Mit Select 5 Plus sparen sie bei Anrufen zur TD1-Mobilfunknummer ihrer Wahl bis zu 29% Verbindungskosten. Hey, wir bleiben noch ein bisschen. Das ist nett hier. Es gibt Fisch. Was Sie hier sehen, ist der Unterschied zwischen Jack Daniels Tennessee Whisky und einem Kentucky Bourbon. Wir nennen dieses Verfahren Charcoal Mellowing. Und wir denken, genau das gibt Jack Daniels den Geschmack, der ihn von allen anderen Whiskys unterscheidet. Und wir sind sicher, nach einem Schluck werden sie uns zustimmen. Jack Daniels Tennessee Whisky. Messmer Klassik. Wie der Tee, so der Tag. Michi Müller, Vita-Trinks? Habe ich neu erfunden, Michi. Super lecker und erfrischend. Wow, echt cool. Vita-Trinks. Müsst ihr probieren. Komponiert aus ausgesuchten Weinen eines Jahrgangs. Söhnlein Brillant. Seine Brillanz liegt im Geschmack. Reglase Extra. Der Extraschutz vor Karies. Fast alles, was man isst, enthält Kohlenhydrate. Werden diese im Mund zersetzt, entstehen gefährliche Säuren, die den Zahnschmelz angreifen und Karies verursachen können. Kauen Sie deshalb Reglase Extra. Er stoppt den Säureangriff, härtet den Zahnschmelz und hilft, Ihre Zähne gesund zu erhalten. Klinische Tests zeigen, wer Reglase Extra kaut, bekommt weniger Karies. Reglase Extra. Der Extraschutz vor Karies. Ein Mann auf dem Sprung zum Helden. Es wird ein hartes Stück Arbe. Bring den auf! Von TriStar Pictures und Amblin Entertainment. Haben Sie mich vermisst? Die Maske des Zorro. Demnächst im Kino. Ihr Name war Gina. Sie war keine 17 mehr, aber weit entfernt von 53. Sie war eine Königin. Das konnte ich sehen. Sie liebte Hausmusik und alles, was in war auf dieser Erde. Sie hasste Gin und many other things. Ich wollte sie nicht einfach rumkriegen. Ich sagte, ich heiße Mark. Und das ist mein Bier. Schon hatte ich einen Stein bei ihrem Brett. Auf uns. Das einzig wahre Warsteiner. Sind Sie bereit für eine Erfahrung, die Ihre Wahrnehmung erweitert? Bereit für ein überdimensionales Ereignis der Sinne? Täuschend echt. Zum Anfassen nah. ProSieben, TV-Movie und Coca-Cola präsentieren Wildlife hautnah. Die 3D-Woche mit der 3D-Brille aus Ihrer TV-Movie. Drei atemberaubende Tierfilme. Auch ohne Brille ein Fernseherlebnis. Die 3D-Woche auf ProSieben. Vom 18. bis zum 25. Oktober. Sie werden Augen machen. Comedyhof 2 mit den neuen Folgen von Switch. Möchtest du wissen, ob man von einem Zunkuss schwanger wird? Mama, Papa, da ist schon wieder so ein perverses Schwein am Telefon. Switch klärt sie auf. Und danach der Quatsch-Comedy-Club. Diesmal war uns zu Gast Schnelldenker Rüdiger Hoffmann. Ja, hallo erstmal. Zweifach-Comedy, Einfach-Dreist. Switch und der Quatsch-Comedy-Club. Montag ab 22.15 Uhr auf ProSieben. Montag ab 22.15 Uhr auf ProSieben. Nicht schlecht für einen Diesel. Der Vectra Sport DTI 16V Verehrte Banken, als nächstes haben wir für Sie einen echten Neukunde. Ich sehe, Sie kennen seinen Wert. Er verlangt mehr Zinsen aufs Girokonto, Bankgeschäfte rund um die Uhr mit persönlicher Betreuung und eine ausführliche Beratung. Jederzeit, auch am Wochenende. Keiner bietet mehr. Der Kunde geht zur Advanced Bank. Advanced Bank. Direkt besser beraten. 080, 3 mal die 3, 4 mal die 0. Mein großer und sein bester Freund. Alle Zeit der Welt, die Natur auf eigene Faust zu entdecken. Da ist jeder Tag ein richtiges Abenteuer. Schön, dass es Ihnen so gut geht. Und Nimm 2 ist immer dabei. Zwei beste Freunde. Nimm 2. Vitamine und Naschen. Im letzten Jahr hat jeder Bundesbürger so viel Altglas gesammelt, dass der grüne Punkt mehr als 300.000 Lkw voller Altglas zum Recycling bringen konnte. Deshalb sammeln und sortieren Sie mit. Der grüne Punkt. Wer mal nicht zu uns kommen will, kommt per Telefon oder PC mit Sparkasse direkt. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Bounty. Traumhaft exotisch. Hi Christian. Jacqueline. Ja. Oder nee du. Die will nicht mit dir reden. Ob wir was getrunken haben? Ja. Coco Karibik. Alles klar. Super. Und? Was hat er gesagt? Schöne Grüße. Er kommt gleich hoch. Neu Jakobs Kaffee Zauber. Wir machen doch nur Spaß. Hey, Lust auf was Neues? Kinder Maxi King? Da kriegt man richtig Lust reinzubeißen. Kinder Maxi King. Kinder Maxi King. Außen reichlich Nuss und Schokolade. Aber in. Das ist der Hit. Flüssiges Karamell in einer Creme aus frischer Vollmilch. Boah, Nüsse satt. Mh, schmeckt riesig frisch. Kinder Maxi King. Jetzt neu im Kühlregal. Mh, maximal. Jeder Mensch hat Träume. Aber allein kann man sie nicht verwirklichen. Mit dem Superluster Aktion Sorgenkind können sie jede Woche ein Traumhaus von einer Million Mark gewinnen. Und dabei aktive Hilfe für andere Menschen leisten. Das Superluster Aktion Sorgenkind. Bei Post, Bank und Sparkasse. Miteinander Träumen. Miteinander Lachen. Miteinander Glücklich Sein. Mon Cherie mit der Pierre Mundkirsche. Miteinander Kirschen essen. Ich muss immer noch an gestern denken. Das war Fernsehen wie im Kino. Wrigley's Extra. Der Extraschutz für Karies. Fast alles was man isst, enthält Kohlenhydrate. Werden diese im Mund zersetzt, entstehen gefährliche Säuren, die den Zahnschmelz angreifen und Karies verursachen können. Kauen Sie deshalb Wrigley's Extra. Er stoppt den Säureangriff, härtet den Zahnschmelz und hilft Ihre Zähne gesund zu erhalten. Klinische Tests zeigen, wer Wrigley's Extra kaut, bekommt weniger Karies. Wrigley's Extra. Der Extraschutz für Karies. Alles okay? Hier, Président Kari aus Frankreich. Sahnig, cremig und fein. Hm, toll. Mild. Zergeht ja auf der Zunge. Wer das Leben liebt, liebt Président. Wer sagt denn, dass Schnecken so langsam sind? Die war doch ganz schnell weg. Kari, Oma, Kinder froh, und erwascht er ebenso. Sieben Todsünden. Sieben Morde. Sieben Tage ein bizarres Verbrechen zu klären. Brad Pitt. Morgan Freeman. Sieben. Heute 22.05 Uhr auf ProSieben. Am Anfang die große Liebe. Und dann drei magische Worte. Ich bin schwanger. Was? Blockbuster mit einer Hollywood-Komödie über die Freuden der Schwangerschaft. Was ist, wenn das Baby singen kann? Singen? Was, mein Liebes? Deinen Penis. Das Glück der Geburt. Was ist? Mein Wasser läuft aus. Bestell dir Neues. Oh nein, mein Fruchtwasser. Das Wunder des Lebens und... Hier bin ich! ...des Überlebens. Julian Moore, Hugh Grant und Robin Williams. Siehst du, deswegen will ich keine Kinder. Nein, Mann. Die ProSieben-Premiere nächsten Samstag um 20.15 Uhr. Nein, nicht immer. Die Vergnügen mit Barsteiner. Sieben Todsünden. Sieben Morde. Sieben Tage ein bizarres Verbrechen zu klären. Brad Pitt. Morgan Freeman. Sieben. Gleich im Anschluss auf ProSieben. Auch am nächsten Samstag geht's zur Sache. Am Anfang die große Liebe. Und dann drei magische Worte. Ich bin schwanger. Was? Blockbuster mit einer Hollywood-Komödie über die Freuden der Schwangerschaft. Was ist, wenn das Baby sehen kann? Sehen? Was, mein Liebes? Deinen Penis. Das Glück der Geburt. Was ist? Mein Wasser läuft auf. Ich stelle dir Neues. Nein, mein Fruchtwasser. Das Wunder des Lebens... Hier bin ich! ...des Überlebens. Julianne Moore, Hugh Grant und Robin Williams. Siehst du, deswegen will ich keine Kinder. Nein, Manns. Die ProSieben-Premiere. Nächsten Samstag um 20.15 Uhr. ProSieben-Blockbuster. Natürlich in Dolby Surround. Sind Sie bibelfest, liebe Zuschauer? Kennen Sie sich aus mit den sieben Todsünden, Neid, Zorn, Wolllust und wie sie alle heißen? Gut. Dieses Wissen werden Sie jetzt brauchen können und ganz, ganz feste Nerven. Ich begrüße Sie zu einem Thriller, wie es keinen mehr gegeben hat seit Das Schweigen der Lämmer. Ich begrüße Sie zu unserem Blockbuster Sieben. Da geht ein bizarrer Serienkiller um. Brad Pitt und Morgan Freeman heften sich an seine Fersen, ohne zu ahnen, dass sie selbst Teil seines teuflischen Plans sind. Sieben. Unsere höllisch spannende ProSieben-Premiere. Jetzt. Ja, es ist langweilig geworden, seit keiner mehr eine gute Fee braucht. Denn heute finden die Menschen woanders Hilfe. Gelbe Seiten machen das Leben leichter. Jetzt neu. Das kostenlose Girokonto der Citibank. Mit fachlich bester Beratung. Von der weltweit größten Privatkundenbank. Citibank. Zum Sonnenuntergang nach New York. Du überraschst mich immer wieder. Ich verspreche dir ein unvergessliches Schauspiel. Dafür ist unsere Dachterrasse berühmt. Kein Problem, Sülemaquie. Die Hauptkarte ist eng. Ich geb mir die Kugel. Aber nicht allein, mein Lieber. Rocher. Mit Rocher von Ferrero sieht die Welt gleich ein bisschen goldener aus. Wo bleibt nur die Karte? Und unser Sonnenuntergang? Was man einer schönen Frau verspricht. Ah! Muss man auch halten. Rocher von Ferrero. Und wann geben sie sich die Kugel? Ein Verbrechen aus Verzweiflung. Eine Liebe gegen alle Regeln. Götzke Orge und Corinna Haafuch. Im brisantesten Film des Jahres. Solo für Klarinette. Ab 15. Oktober im Kino. Kevin liebte seine Welt. Aber ein Tag, es verbringte. Kevin wurde bored. Und meinte. Montag ist Fokustag. Okay, über alles Wichtige informiert uns der Boss. Ich hab'n Termin jetzt um halb eins. Ich hab'n Termin um halb eins. Deshalb kriegt man so schweren Termin hier. Man kann ohne Top-Kondition natürlich nicht gewinnen in der Formel 1. Ich laufe sehr gerne, spiele Fußball. Auch die Ernährung ist sehr wichtig. Wobei ich jetzt nicht behaupten würde, dass man durch den Schlussblieben noch fitter wird. Aber man fühlt sich einfach wohler. Blockbuster an Halloween. Sie ist überirdisch schön. Ich will ein Baby. Was? Aber gefährlicher als jedes Raubtier. Wir brauchen einen Hubschrauber. Sie wollen sie vernichten. Um jeden Preis. Denn sie ist kein menschliches Wesen. Doch wie soll man etwas töten? Sil ist nebenan bei Adi. Nein, sie ist tot, Dan. Den man nicht widerstehen kann. Es geht los. Ich glaub's nicht. Ben Kingsley. Und Natascha Henstrich. In einer Pro 7. Premiere. Species. Samstag, 22.30 Uhr. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Hadeberger. McCann. – Sätze mehr. Untertitelung des ZDF, 2020